Lass mich raten, du hast wahrscheinlich schon von einem Lead Magnet gehört oder vielleicht auch schon selbst eingebastelt, aber so richtig was passiert ist nicht. Und das werden wir in dem heutigen Video gemeinsam ändern, denn ich werde dir den genauen Prozess zeigen, wie du über LinkedIn den richtigen Titel für deinen Lead Magnet findest, wie du den Prototypen baust und vor allem auch, wie du ein Funnel dafür launchen kannst. Großer Vorteil daran ist natürlich, sobald du einen Lead Magnet hast und den auf LinkedIn promoten kannst über den Content als auch über dein Profil, kriegst du plötzlich Leute, die proaktiv auf dich zukommen. Und das ist immer so der erste Beweis, dass jeden Tag Leute auf der Plattform aktiv sind, die an deinem Angebot interessiert sind und du natürlich auch mit Leuten ins Gespräch kommst, die potenziell Interesse an deinem Angebot haben. Und insofern, lass uns reinspringen, ich zeige dir, wie du das Ganze umsetzen kannst, wirklich Schritt für Schritt mit allem, was dazugehört. Und insofern, hör dir die Folge unbedingt bis zum Ende an oder sieh dir natürlich das Video bis zum Ende an. Der größte Fehler beim Thema Lead Magnets ist, dass die meisten Leute nicht den richtigen Titel dafür wählen oder das richtige Thema wählen. Das bedeutet, man vertraut auf sein Bauchgefühl, denkt sich, hey, das Thema könnte ganz gut bei meiner Zielgruppe irgendwie ankommen, baut das Ding dann tagelang, launcht es und kein Mensch meldet sich. So ging es mir immer wieder und wir haben, glaube ich, 11 plus Lead Magnets bauen müssen, um den richtigen zu finden und vor allem auch diesen Prozess zu finden. Und das, was wir dann irgendwann gemacht haben, ist, einfach mal auf LinkedIn eine Umfrage zu machen und zu gucken, was interessiert denn unsere Zielgruppe eigentlich. Und was ich zum Beispiel gedacht habe, bevor ich sozusagen diese Umfrage gemacht habe, bestimmt wollen alle was zum Thema LinkedIn Profil hören. Und du siehst, es ist einfach das schlechteste Ergebnis gewesen. Das bedeutet, die Leute wollten alle keine Profil-Checkliste oder so haben. Das hat gerade mal 16% in der Umfrage bekommen. Und du siehst, die Algorithmus-Checkliste hat hier sozusagen, der LinkedIn-Algorithmus hat hier am meisten sozusagen gewonnen mit 35%. LinkedIn Sales Navigator auf Platz 2, Hacks genau und 60 Minuten Content-System 24%. Und du siehst, alle vier würden als Lead Magnet funktionieren. Also das bedeutet, der Titel ist bei allen attraktiv genug, dass über 200 Leute hier bei mir abgestimmt haben und gesagt haben, hey, ich will das haben. Und ich aber rausbekommen habe, was wollen die Leute wirklich. Und was man dann noch als Pro-Tipp machen kann, ist, sich hier diese Leute auch nochmal anzugucken. Weil was natürlich passieren kann, ist, dass die Leute beim Sales Navigator Hack zum Beispiel am interessantesten aussehen. Ja, dass nicht die meisten Leute dafür gestimmt haben, aber genau diese Leute die sind, die du haben willst. Dass was weiß ich, beim Algorithmus bin ich halt dann auch überflogen und dachte mir, hey, das sind genau die Leute, die ich irgendwie erreichen will. Aber auch, dass man diesen Check macht. Aber der erste Schritt zu einem erfolgreichen Lead Magnet für LinkedIn ist eine solche Umfrage. Und du siehst, hier habe ich das auch einfach genutzt zu einem LinkedIn Audio. Also das bedeutet, das kann man nicht nur für Lead Magnet nutzen, sondern auch, wenn man eine Podcast-Folge macht, wenn man LinkedIn Audio macht etc. Aber gerade für den Lead Magnet ist das unglaublich wichtig. Und ich würde sagen, ich lehne mich aus dem Fenster, 80% des Erfolgs von einem Lead Magnet steckt in dem Titel. Und da gibt es vielleicht die erste Herausforderung, die man hat so, wie kriegt man jetzt Abstimmungsergebnisse? Und wenn du dich sozusagen an dieses Templates hältst, was ich hier gerade zeige, wirst du schon ein paar Abstimmungen bekommen. Aber du wirst wahrscheinlich nicht über 200 bekommen, weil es immer darauf ankommt, in welcher Nische du bist, was dein Angebot ist und wie viele Kontakte du auch einfach auf LinkedIn hast. Was du dann natürlich machen kannst, ist eine kleine Nachtschicht einzulegen und wirklich mal 50 bis 100 Leuten eine Direktnachricht zu schicken aus deiner Zielgruppe. Ganz, ganz wichtig, natürlich jetzt nicht irgendjemandem das zu schicken, sondern wirklich deiner Zielgruppe zu schicken. Hey, hast du kurz eine Minute Zeit, kannst du kurz abstimmen? Ich plane da gerade was richtig Cooles, würde mir wahnsinnig helfen. Und sobald das Dokument ready ist, schicke ich dir das als erstes rüber. Das ist so die erste Möglichkeit, beziehungsweise auch der erste Meilenstein, wirklich mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was deine Zielgruppe unbedingt haben will. Zweiter Schritt aus meiner Sicht ist dann einfach mal ein Dokument aufzumachen und die Überschrift sozusagen zu wählen, die hier entstanden ist. LinkedIn Algorithmus 224. Und daraus entsteht natürlich dann auch irgendwie die Algorithmus-Checkliste. dass man jetzt erstmal einfach nur brainstormt, was einem dazu einfällt. Und das bedeutet, was ich wirklich auch damals gemacht habe, ist nicht zu überlegen, jetzt will ich irgendwie direkt ein E-Book rausbringen mit 60 Seiten, sondern ich will erstmal nur einen Prototypen sozusagen bauen und die ersten Tipps und Tricks auf vielleicht ein paar Seiten sozusagen rausgeben. Und was ich dann gemacht habe, ist so ein bisschen durch mein Content zu gucken und zu fliegen und zu gucken, hey, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und was ich sozusagen gemacht habe, ist zu sagen, hey, es gibt irgendwie No-Gos beim Algorithmus. So was wie Links im Text, dann Stockbilder sind irgendwie nicht gut, Text in Bildern funktioniert meistens nicht, dann keine Headline, kein, kein, irgendwie zu wenig Absätze, kein, ah, zu viele Hashtags, Hashtags, zu viele Emojis, zack. Und dann kann man wirklich einfach mal sammeln so, was sind die Sachen, die wirklich dir direkt einfallen bei so einem Lead Magnet, den du rausgeben kannst. Und das Experiment, was ich auch immer mitgebe, ist, das Beste, was du machen kannst, ist, dass dieses Dokument auch direkt für deine Bestandskunden funktioniert. Weil was wir damals auch beobachtet haben, ist, dass wir immer wieder Kunden in unserer Academy als auch in unserem Mentoring hatten, denen wir wirklich alle Anleitungen an die Hand gegeben haben für Content, aber die immer wieder so handwerkliche Fehler irgendwie gemacht haben. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, hey, diese Checkliste würde nicht nur jetzt Interessenten helfen, sondern sie würde auch unseren Kunden helfen. Und das ist eigentlich das Beste, was passieren kann, dass du ein Dokument baust, was auch direkt deinen Bestandskunden irgendwie ein Stück weit hilft. Was pro Reichweite ist sowas? Gute Headlines, persönliche Bilder, Storytelling, Call to Action am Ende, ja, Nein-Frage, ja, Nein-Frage. Absätze nach maximal drei Sätzen, zack. Und dann würde ich das wirklich runterschreiben und der nächste Schritt für diesen Prototypen, das wirklich wahrscheinlich in zwei bis drei Stunden bauen, ist für diese ganzen positiven und negativen Beispiele einfach Beispiele rauszusuchen. Also das bedeutet, persönliches Bild würde ich jetzt hier einfach einen Screenshot davon machen, ohne mein gelbes Ding. Und würde den jetzt hier einfach sagen, hey, persönliche Bilder, zack, hier ist ein Beispiel mit einem Post mit direkt irgendwie 10.000 Ansichten. Und die Leute hätten eine Vorstellung davon. Dann kann man das natürlich noch schicker formatieren, das ist klar, dass man hier einen Absatz macht und was weiß ich, Tipp 3 sagt, persönliche Bilder. Und dann vielleicht sogar den Post nochmal verlinkt, dass die Leute sich das angucken können. Sag hier, Link zum Antikel kopieren, pack den hier sozusagen rein, ich weiß gar nicht, kann man den verlinken. Ja, Link einfügen, zack, können sich die Leute das nochmal in Ruhe angucken, perfekt. Und so würde ich wirklich auf, also nicht zwei bis drei Seiten, sondern würde wirklich versuchen, mal irgendwie 10 bis 15 No-Gos rauszuschreiben. Und würde versuchen, 10 bis 15 Tipps zu schreiben, die Reichweite bringen. Und dann hat man schon mal einen ersten Prototypen für einen Lead Magnet. Man braucht keine verrückte Einleitung, man braucht sozusagen keinen verrückten Pitch am Ende, sondern du hast erstmal ein Dokument, was wirklich den Leuten Tipps liefert, was deine Interessenten haben wollen. Und das ist so der erste Schritt, um dieses Dokument zu bauen. Und das kann man immer noch später dann schicker machen. Und da kommen wir gleich noch zu. Der nächste Schritt, bevor ich jetzt wirklich hingehen würde und sagen würde, hey, man promotet das irgendwie auf LinkedIn, ist einen Funnel zu bauen. Weil einfach da der große Vorteil ist, dass sobald man einen Funnel hat, die Leute sich eintragen können. Wenn du deren E-Mail-Adresse bekommst und du auch die Chance hast, wirklich einen Termin darüber zu bekommen. Wir machen das Ganze mit Perspective zusammen, haben dafür Templates gebaut. Und du siehst hier mal einen ganz simplen Funnel sozusagen, wie sowas aussieht. Die Leute, ich zeige dir vielleicht sogar noch den Einführerinnen mit einem Single-Opt-In, dass die Leute hier sagen, was bekommen sie für einen Lead Magnet, können sich hier das Ganze sichern. Hier natürlich immer die Frage, gerade im B2B-Bereich lohnt es sich wirklich nach der Telefonnummer zu fragen. Nicht jeder gibt das korrekt an, aber wenn es jemand korrekt angibt, kannst du dich dann natürlich melden und hast einen coolen Aufhänger, wenn sie sich die Algorithmus-Checkliste zum Beispiel gesichert haben. Schreibst hier noch auf der Seite, was die Leute davon haben und können sich hier das ganze Dokument sichern. Und das tatsächlich mit Perspective und mit unseren Vorlagen unglaublich einfach, sowas zu launchen. Und dann kommen die Leute auf eine Download-Seite, wo sie sozusagen sich das Dokument sichern können. Und hier haben wir über die Jahre wirklich ein cooles Skript entwickelt, um ein Telefonat bei dir zu pitchen. Das bedeutet, die Leute sollen sich hier das Video angucken und dann pitchst du hier sozusagen einen Termin mit dir. Und das ist dieses geniale Spiel, von dem ich auch im letzten Video gesprochen habe, dass die Leute kommen für einen Lead Magnet, den sie haben wollen. Und dann sozusagen hier bleiben, sich das Video angucken und dann bestenfalls natürlich bei dir einen Termin buchen. Also im Kalender sozusagen hier landen und dann einen Termin buchen. Und das bedeutet, wie sieht das Ganze in der realen Welt aus? Genau, ich publische das hier einfach mal, gehe hier auf Publish, drücke hier rauf und so sieht das Ganze dann aus. Mobil sieht das auch extrem schick aus, relativ simpel. Kannst jetzt hier sagen, robert, robert.test.de, zack, 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 zack. Leute tragen sich ein, sichern sich das Ganze und jetzt sozusagen haben sie hier die Chance, sich die Reichweite, die Checkliste direkt anzugucken. Und wenn du da einen guten Job gemacht hast, dann gucken sie sich auch bestenfalls hier das Video an und sichern sich hier direkt einen Termin mit dir, landen hier direkt in unserem Kalender. Und das willst du als nächstes bauen. Das ist tatsächlich, früher in der Vergangenheit war das unglaublich schwierig, so ein Funnel zu launchen. Es gab tausend Tools mit eine Million Funktionen. Mittlerweile wirklich großer Fan von Perspective geworden, die das super einfach gemacht haben, schlank gemacht haben. Es ist super schnell, ist super performant und auch der Editor lässt sich super einfach machen. Ich habe neulich gerade so einen kleinen Testlauf in unserer Social Leads Academy gemacht mit einer Handvoll von Leuten. Da habe ich den Funnel gemeinsam gebaut und selbst komplette Anfänger haben wirklich in 60 Minuten ihren kompletten Funnel gebaut, was mich nochmal davon überzeugt hat, dass wirklich Perspective ein cooles Tool ist, was auch einfach mit allen anderen CRM-Systemen per SAP angeschlossen werden kann, ob Active Campaign, ob HubSpot, ob Salesforce, Pipedrive. Überall kommt man sozusagen ran und das ist der große Vorteil. Genau. Jetzt hast du das gebaut. Das bedeutet, du hast den Prototypen von deinem Lead Magnet und wie gesagt, hier muss man nicht wochenlang verschwinden und irgendwie einen riesen E-Book sozusagen schreiben. Das Erste, was du dann gemacht haben solltest, ist natürlich den Funnel zu launchen mit allem, was dazugehört. Und wie gesagt, das funktioniert natürlich mit dem Template immer einfacher, als wenn man das komplett von Null machen muss. Wenn du Lust darauf hast, schau dir gerne mal in der Beschreibung unsere Social Leads Academy an. Da ist das sozusagen alles drin. Und als nächstes würde ich auf jeden Fall das Ganze auf deine, im Fokus-Sektion, auf ein Profil bringen. Das ist so der einfachste Win, dass die Leute wirklich auf deinem Profil sozusagen landen, da draufklicken und dann in deinem Funnel sozusagen landen. Das ist so der erste Schritt. Und dann wollen wir aber unbedingt zwei bis drei Posts dazu auch machen, weil am Ende ist es ja eine große Sache. Du hast ein richtig cooles Dokument erstellt, was deiner Zielgruppe hilft. Das bedeutet, du solltest unbedingt zwei bis drei Posts dazu machen für einen Zeitraum von irgendwie zwei bis drei Wochen, wo du das richtig promotest. Ich weiß nicht, wo ich den letzten dazu gemacht habe. Ich glaube, habe ich hier da drauf ge... Ne, da habe ich nicht da drauf gepusht. Aber das ist eine coole Möglichkeit. Vielleicht finde ich ihr hier. Hier genau ist es, Sommerpause endlich vorbei, Zeit auf LinkedIn richtig Gas zu geben. Und mach hier sozusagen diesen Trick, dass Leute den Beitrag liken müssen und kommentieren Checkliste. Und du siehst hier, war noch nicht so ganz viel los nach dem Sommer und ich glaube auch mittlerweile hat jeder sozusagen unsere Checkliste auf LinkedIn. Aber wir haben jetzt zum Beispiel in den nächsten Wochen, glaube ich, 10 plus neue Lead Magnets in der Pipeline und werden dafür auch jedes Mal ein Funnel launchen und dann wird das wieder richtig sozusagen scheppern. Wir hatten teilweise Beiträge mit über 300, mit über 500 Kommentaren und so schwingt sich das Ganze dann sozusagen hoch. Und das ist auch das Verrückte, dass es halt so ein relativ schlankes Setup ist, was man hier braucht. Klar, du musst eine saubere Umfrage machen, um einen Titel rauszubekommen. Da steckt relativ viel Gehirnschmalz drin, um auf diese vier Titel zu bekommen, die halt wirklich attraktiv sind. Dass Leute wirklich sagen, davon will ich eins haben. Du musst ein bisschen Gas geben, um wirklich ein Ergebnis zu bekommen und bestenfalls auch 25 bis 50 Abstimmungsergebnisse zu bekommen. Dann baust du einen sauberen Prototypen. Ja, also wirklich schlank das Ganze bauen. Nimm dir vielleicht maximal einen Tag dafür Zeit, wirklich dein Wissen auszuspeichern, es irgendwie ganz gut zu strukturieren, ein paar Beispiele rauszusuchen. Und dann baust du in kein zwei Stunden den Funnel, wenn du eine Vorlage hast und kannst dann schon mit ein bisschen Zeit sozusagen diese Promotion-Posts erstellen und die Leute in deinen Funnel holen. Und was ich immer als Tipp mitgebe, sobald man so die ersten 50 Eintragungen hat oder die ersten 100 Eintragungen, dann kann man sich wirklich darum kümmern, das Dokument nochmal auf das nächste Level zu heben und wirklich sich Zeit zu nehmen. Das war auch der Zeitpunkt, wo ich wirklich über 100 Downloads hatte und war so, hey, der Prototyp von der Checkliste ist cool, aber ich sollte mir dann noch irgendwie mal Zeit nehmen und das Ganze ausführlicher machen. Was ich dann gemacht habe, ist wirklich ein größeres Dokument zu erstellen und vor allem auch ein Intro einzubauen, weil du gibst zum Beispiel, was weiß ich, Tipps in deinem Lead Magnet raus, aber kein Mensch versteht, ob die wertvoll sind oder nicht, weil er ja gar nicht weiß, wie viel Zeit da reingeflossen ist, wie viel Ahnung du hast, wie lange du das ganze Thema schon machst und du siehst, ich lade auch hier das einfach auf, wie viele Experimente wir gemacht haben, wie viele Copywriting und Stereo-Retaling-Bücher wir gelesen haben, hier zig Beweise von sozusagen Posts, die gut funktioniert haben, von unserem Kalender, das gut funktioniert hat und das auch für unsere Kunden funktioniert und ein cooles Beispiel, wo ein Kunde wirklich 17 Millionen Impressionen geknackt hat. Und das ist halt so die Brücke, dass aufgeladen wird, dass das Dokument und die Leute verstehen, hey, ich mache das nicht seit gestern, da steckt super viel Experimentieren etc. drin und dann mache ich hier die Brücke zu den negativen Auswirkungen und mache jetzt hier wirklich zu jedem Tipp eine Folie mit Beispielen, mit Erklärungen und das hat halt wirklich schon ein bisschen mehr Arbeit gekostet, aber ich glaube, die Leute wissen es auch extrem zu schätzen, weil wenn sie sich denken, dass man so ein Dokument kostenfrei bekommt, was passiert dann in der Zusammenarbeit und dann natürlich auch positive Auswirkungen, gleiches Spiel hier und dann kann man natürlich das Ende nutzen, um am Ende gar nicht so sehr zu pitchen, sondern am Ende den nächsten Schritt zu erklären. Also das bedeutet, dass hier die Leute auf den nächsten Schritt gehen können, ich hoffe, der Link funktioniert, perfekt und sich hier, wie im letzten Video beschrieben, unseren Videosalesletter angucken können und dann bestenfalls direkten Termin bei uns buchen. Und du siehst, alles führt auf eine Handvoll von Sachen zurück, das bedeutet, wir brauchen den Lead Magnet, wir brauchen den Funnel dafür und dann Best Case haben wir natürlich noch ein Videosalesletter, wo die Leute hier reinlaufen, sich das Video angucken und dann direkten Termin bei dir buchen. Was ich mit diesem Video ein bisschen zeigen wollte, ist, dass das wirklich kein Hexenwerk ist, so ein Funnel zu bauen. Sowohl den Lead Magnet zu bauen ist kein Hexenwerk, als auch den Funnel zu launchen ist kein Hexenwerk. Ich glaube, du musst einfach nur die Entscheidung treffen, dir da wirklich mal einen Tag für Zeit zu nehmen. Wenn du wirklich die Abkürzung nehmen willst und sowohl für den Lead Magnet-Prozess eine komplette Anleitung haben willst, Schritt für Schritt, dann schau gerne mal bei der Social Leads Academy vorbei oder wenn du wirklich eins zu eins mit mir und meinem Team zusammenarbeiten willst, dann gerne auf leadersmedia.de gehen und einen Audit buchen. Gerade wenn du vielleicht schon Lead Magnet hast, wenn du ein Webinar hast, wenn du schon ein bisschen was auf LinkedIn machst, lass uns gerne mal gemeinsam draufschauen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und wir zeigen dir dann in dem Telefonat, in dem LinkedIn Audit hier, was du kostenfrei anfragen kannst, wie wirklich wir dir dabei helfen können, LinkedIn als Lead Kanal aufzubauen. Würde mich wahnsinnig freuen. Ich hoffe, dass du aus dem Video heute ordentlich was mitnehmen konntest und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis gleich.